Also es läuft sehr gut, trotz der dritten Liga positiver wie letztes Jahr. Vorwiegend die Strickware, Weihnachtsmänner, alles rund um Weihnachten natürlich. Das Highlight ist unsere neue graue Mütze, also aus der neuen Strickwaren-Kollektion, die ist nur noch ganz geringe Mengen verfügbar, von 9 bis 21 Uhr täglich, bis zum 23. 23. Dezember, 21 Uhr. Bis zum nächsten Mal.